Servus Freunde und willkommen zum zweiten Teil meiner kleinen Videoserie der Neue in der Apple Welt. Ich möchte eigentlich direkt nahtlos einsteigen, weil das wird sicher wieder ein langes Video werden und die YouTube-Könner sagen, mach es nicht so lang, dann langweilen sich die Zuschauer. Ja, dann ist es halt so. Wer es langweilig findet, schaltet weg. Ich war stehen geblieben bei den Anschlüssen vom Mac Mini und ich muss sagen, für mich war das überhaupt kein Grund, mir Gedanken zu machen. Also hätte ich jetzt ein MacBook gekauft oder ein MacBook Pro, mag sein, dass ich dann den ein oder andere Gedanke dran verschwendet hätte, aber bei Mac Mini war mir das völlig schnurzpiepegal, weil der steht immer auf dem Tisch. Da schließe ich ein fest angeschlossener Hub dran. Ich brauche nicht jedes Mal hinterm Gerät Kabel raus, Kabel rein, Kabel raus, Kabel rein. Das schließe ich einmal an und habe meine Anschlüsse erweitert und genauso habe ich es gemacht. Ich habe mir, wie ich finde, wahnsinnig gute Hub gekauft für einen USB-A-Anschluss hinten. Ich mache mal ein Bild davon rein und ich werde da unten in der Videobeschreibung mal einen Link dazu reinmachen. Ich finde den echt gut und der klemmt bei mir genau hinter diesem Kaktus und den kann man quasi an der Tischkante festklemmen. Der verschwindet dann und man kann einhändig ohne Probleme Kabel rausziehen, Kabel reinstecken. Man muss schon hingucken. Funktioniert bestens. Ja, da habe ich jetzt ein Kabel dran, um mein Android-Handy anzuschließen. Das ist auch so eine Geschichte, die müssen wir uns mal anschauen. Dieses Android-Dateien auf Mac nicht wirklich gut. Da habe ich die Webcam dran und eine externe Festplatte dran. So ein altes Dategrab, also keine SSD, wirklich eine mechanische, alte. Ich habe noch einen Platz frei für USB-Stick. Wunderbar. Mein Mikrofon hängt leider fest am Mac. Das heißt leider, ich brauche den zweiten USB-A-Anschluss nicht, aber das hatte ein kleines Brumme, wenn ich es in den Hub gesteckt habe. Deswegen direkt am Mac. Aber wunderbar. Jetzt habe ich noch zwei USB-C-Anschlüsse frei, also die schnellen mit 10 Gigabit pro Sekunde. Und da kann man auch Thunderbolt 3-Geräte anschließen. Und da kommt jetzt demnächst eben die Samsung T7 dran, eine SSD. Die wird dann eben für Videos und zum Schneiden und da kommt dann alles drauf, was schnell gehen muss. Und an den zweiten USB-A-Anschluss kommt irgendwann ein 4K-Monitor dran. Dann habe ich meinen Full HD 32 Zoll und dann kommt nebendran noch ein 32 Zoll 4K. Wunderbar. Alles belegt. Ich kann vorne meinen Quatsch einstecken. Was will man mehr? Wenn man irgendwann mal noch eine SSD braucht, die da dran muss, kauft man sich halt einen USB-C-Hab, der ein bisschen höhere Geschwindigkeit hat. Dann geht das auch wunderbar. Oder ein Thunderbolt-Hub. Der hat 40 Gigabit pro Sekunde, der hat ein Thunderbolt-Anschluss. Und da kann ich ein Thunderbolt-Hub anschließen und kann dann vorne wieder meine 3 USB-C oder 4 USB-C-SSDs anschließen. Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Da muss man sich gar keinen Stress machen. Und deswegen auch nicht intern eine 500 Gigabyte oder eine 1 Terabyte festblattet. Deswegen extern. Und das ganze Gelumpe mit 256 ist zu wenig. Die ist ja schon voll von Anwendungen allein. Ne, das schauen wir uns aber wirklich nachher mal an. Ich habe jetzt einiges installiert. Im Prinzip alles, was ich zum Arbeiten brauche und habe noch 203, glaube ich, waren es Gigabyte frei. Wunderbar. Da kann noch viel kommen. So, weiter im Text. Ich habe dann irgendwann mir auch eine Maus und eine Tastatur gekauft. Ich habe mich für das Magic Keyboard 2 entschieden. Werde ich mal ein extra Video davon machen, weil ich habe auch die Magic Maus 2. Möchte ich jetzt gar nicht groß weiter drauf eingehen. Ist gut. Kann man machen. Gibt aber auch Alternativen, die nicht schlechter sind, meiner Meinung nach. Im Nachhinein hätte ich es anders gemacht. Hätte ich eine andere Tastatur dran gehängt. Und ja. Gehen wir mal dann in einem extra Video zu Dreckpad 2, Magic Maus 2 und Magic Keyboard 2 ein. Weil, ich finde, da muss man schon mal genauer drüber sprechen. Weil auf YouTube findet man zwar viele Reviews, aber die... Ich habe Magic Dreckpad 2 gesucht. Oder besser gesagt, ich habe überlegt, kaufst du jetzt die Maus oder kaufst du das Dreckpad? Und nirgendwo kam in keinem Review das Gefühl rüber, wie das Dreckpad wirklich ist. Man sieht es, was kann es, Force Touch und Effekte und Gesten und was halt so alles gibt, wird alles erklärt. Aber so Dinge wie, Unterschied zwischen, ich misiere mit der Maus irgendein Icon an, fahre einfach hin, klick, habe es und wie läuft es dann mit dem Dreckpad? Bin ich da genauso schnell wie... Einfach wie das Gefühl bei dem Ganzen, das hat mir gefehlt. Und da möchte ich dann einfach mal in einem eigenen Video drüber sprechen. Egal, verlieren wir nicht viel Zeit. Ich habe eigentlich jetzt alles erzählt, was ich ohne Bildschirm erzählen kann. Die ganzen Anfänge würde eigentlich im nächsten Schritt gerne auf dem Bildschirm switchen und dann ein bisschen mit der Software weitermachen. Und ja, das denke ich, wäre ganz sinnvoll, weil da gibt es noch einiges zu erzählen. So, und damit herzlich willkommen auf meinem Desktop. Ja, und da muss ich sagen, das ist schon ein geiles Gefühl. Ich meine, jeder, der einen Mac hat, der kennt es, der hat sich da vielleicht auch schon ein bisschen satt gesehen. Aber als ich dann wirklich mal so die Anfangsprobleme behoben hatte, die ich im ersten Teil erzählt habe, und dann einfach diese Oberfläche genießen konnte, das war wirklich, das war schon geil. Also, das ist schon echt schick. Auch das Dock hier unten, ja, man kennt es ja aus den Videos aus YouTube, habe ich es schon oft gesehen. Und habe nie die Muße gehabt, mir im Winters da an den Desktop ein bisschen zu verschönern, weil verschönern, der musste einfach funktionieren. Und jetzt hat man das und kann hier so durchfahren. Und ja, das macht also, das macht wirklich, wirklich was her. Das war wirklich ein erhebendes Gefühl. Die Kiste läuft und jetzt mal hier mit der Maus ein bisschen rumspielen und machen und tun. Und was gibt es denn hier drin und was ist denn hier so alles? Und toll. Auch diese Mitteilungszentrale, das ein bisschen einrichten. Und ja, wirklich schick, ohne Witz. Also, das hat mir dann echt gefallen. Ja, und ich bin ja dann hingegangen und habe zuerst die Software installiert, die ich brauche. Und die Installation, muss ich echt sagen, die ging verdammt schnell. Also, da kommt Windows nicht mit. Ein Office installieren auf Windows dauert wesentlich länger als Office installieren auf macOS. und ich habe es nicht über den App Store installiert. Also, im App Store kriegt man ja auch das komplette Office-Paket. Das habe ich nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, warum. Ich bin überhaupt nicht drauf gekommen, im App Store zu schauen. Weil ich war es halt gewohnt, Webseite runterladen, installieren. Erst später habe ich dann gesehen, gibt es hier ja auch. Ich habe das OneDrive dann aus dem App Store mal nachinstalliert. Aber erzähle ich gleich noch was dazu. So, dann habe ich es Office installiert gehabt und starte mein Word, um mich anzumelden an meinem Konto und erlebe genau das, was ihr jetzt erlebt. Passt mal auf. Ich starte es jetzt mal. Und muss dazu sagen, ich habe den Mac Mini jetzt gerade frisch gebootet. Also, ich starte. Drei, zwei, eins, los. Eier, Eier, Eier. Jetzt mal ohne Witz, was soll der Scheiß? Oder? Ihr kauft euch so ein Teil, weil ihr überall hört. Das ist so rasend schnell. Und dann das? Ja, ich habe gedacht, das bin ich. Ach du Scheiße, was hast du dir da jetzt gekauft? Das kann doch nicht sein. Also, wenn alle Apps so rumeiern, ne, danke, dann mache ich nicht mit. Dann fliegt er wieder raus. Und das Lustige daran ist, wenn man die App dann komplett schließt, also wirklich beenden, nicht nur rotes X oben links, dass es da im Hintergrund ist, aber noch offen, sondern komplett beendet. Und ich starte es nochmal. Vorsicht. Drei, zwei, eins, los. Zack. Da. Wieso? Behält er dann doch was im Speicher? Beendet er Apps doch nicht komplett? Keine Ahnung, könnt ihr mich ja mal aufklären. Aber es ist doch abartig schlimm, wie lange der nach einem Neustart braucht, das Microsoft Word zu starten. Natürlich ist es kein Beinbruch, da wartet man halt kurz. Aber ich bin es halt von meinem fünf Jahre alten, sechs Jahre alten PC gewohnt, dass ich drauf drücke und das Ding macht, zack, und ist da. Also auf meinem PC ging es so flott wie hier. Zack, da. Ja, macht keinen Unterschied, da ist jetzt nicht schneller hier der Mac Mini. Das gleiche mit Microsoft Edge. Ich nutze nun mal Microsoft Edge. Da habe ich meine Favoriten drin, da ist alles drin. Der synchronisiert sich automatisch mit meinem Android-Handy. Ja, steinigt mich, aber ich mag ihn und er bleibt auch drauf. Aber Moment, drei, zwei, eins, klick. Eie, 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 und ja, immer noch nicht jetzt. Hä? Ohne Witz, das ist mal richtig, richtig, richtig eklig. Ja, und da war mit der schönen Vorfreude, weil das hier alles so toll ist und klicky-bundi und da war ehrlich gesagt schon wieder vorbei. Da habe ich dann, oh nein, bitte nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Aber gut, so ist es halt. Ich habe dann natürlich auch andere Apps gestartet, die da nativ auf der Kiste drauf sind und habe dann auch gesehen, es geht auch schneller. Ja, ja, also wenn ich zum Beispiel Safari starte direkt nach dem Neustart, ich mache ihn mal kurz in die Mitte, damit man den auch deutlich sieht. So, drei, zwei, eins, klick. Da, der kommt direkt nach dem Neustart auch flott. Also kann man sagen, Microsoft hat vielleicht da ein bisschen Scheiße programmiert, wird vielleicht auch noch besser, aber trotzdem, ich nutze nur mal Microsoft. Ich möchte auch, dass es auf dem Mac läuft, verlange ich einfach. Ich will nicht da dieses Apple Word benutzen. Ich weiß nicht mal, wie es heißt gerade. Ich habe das auch gleich weggehauen. Ich mag Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint und hoffe, dass das in Zukunft ein bisschen besser läuft. Richtig kompliziert wurde es bei mir mit OneDrive. Ich kann das jetzt hier oben öffnen, schließen, öffnen. Ich kann hier in die Einstellung, das funktioniert jetzt wunderbar. Ich hatte am Anfang den Fehler gemacht und habe es aus dem App Store installiert und da hat es bei mir komplett rumgeeiert. Also wenn der irgendwas am Synchronisieren war, konnte ich hier oben gar nicht mehr das Fenster öffnen. Da kam dann dieser komische gelbe Ball, der mir anzeigt, dass er beschäftigt ist und mehr nicht. Und irgendwann, als er da mal alles synchronisiert hat und das sind bei mir fast 600 GB Daten, dann habe ich das mal wieder bedienen können. Dann ging es aber los, dass er die Daten auf der Festplatte nicht synchronisiert hat mit den Online Daten. Andersrum schon. Also habe ich auf die Festplatte eine Datei geschoben oder einen Ordner erstellt, erschien der Online nicht. Habe ich es online gemacht, erschien der aber auf der Festplatte. Es hat wirklich hinten und vorne nicht funktioniert. Ja, warum habe ich die Diodes auch aus dem App Store installiert? Ich habe es mir dann gelöscht und habe es direkt von der Microsoft Seite runtergeladen und eben normal installiert. Nicht aus dem App Store und schwupps, läuft wie Butter. Ich kann es euch gerade mal zeigen. Ich habe das OneDrive bei mir eben auf der externe Platte liegen. Wie gesagt, das ist eine 2 TB Uralt-Festplatte. Und ja, damit bin ich jetzt wirklich zufrieden. Das funktioniert. Das ist soweit alles wunderbar. War aber auch nicht ganz so einfach, das auf die externe Platte zu kriegen. Nämlich Problem Nummer 1 war, die Festplatte war formatiert in Windows vorher. Und da hat der Mac erstmal richtig gekotzt. Also habe ich die neu formatiert. Und eine Festplatte formatiere unter macOS. Wenn man es nicht weiß, muss man kurz suchen. Aber ist ja normal. Klar, läuft es nicht so wie unter Windows. Das ist halt so. Macht man mit Festplatte-Dienstprogramm. Und da wurde mir die auch angezeigt. Ungefähr so wie hier. Da habe ich die gelöscht und neu partizioniert. Und da hat er mir aber damals nicht diese Fülle an Informationen angezeigt, sondern nur diese zwei hier. Dieses macOS Extended und macOS Extended mit Groß- und Kleinschreibung. Ich habe dann logischerweise die Version gewählt und gedacht, ja wunderbar. Nein, stopp, entschuldigen Sie da unten. MS-DOS und XFED hat er auch noch angezeigt. Aber das hier oben war nicht da. Diese APFS-Geschichte. Ich habe also macOS Extended genommen, habe das Ding formatiert damit und partizioniert. Und dann war die auch im Mac benutzbar. Ich hatte die in meinem Finder. Ich habe OneDrive installiert. Ich habe OneDrive gesagt, hier leg bitte auf diese Platte meine Daten ab. Das hat er soweit auch gemacht. Und dann kam eben Fehler, dass er das auf einer Partition, die mit eben genau diesem, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, die eben genau mit diesem macOS Extended Format formatiert ist, nicht funktioniert. Ja, und dann ging das Google wieder los. Und irgendwo kam ich dann drauf, ich soll APFS, man muss APFS benutzen dafür. Und ja, dann darf man hier irgendwie in dem Festplatte-Dienstprogramm rumwerkeln. Ich weiß nicht mal mehr, also müsste ich es jetzt nochmal machen, hätte ich echt ein Problem. Und das hinkriegen, dass der die ins APFS-Dateiformat konvertiert. Und dann habe ich hier eben auch APFS zur Verfügung. Und dann legt er hier auch so einen Container an, so wie er es mit der internen Festplatte auch gemacht hat. Und alles gut. OneDrive hat funktioniert. Naja gut, aber man kriegt es hin. Die aller, allergrößte Hürde, die ich aber hatte, war diese Geschichte hier, was ihr hier links seht. Das sind nämlich Netzwerkverknüpfungen direkt auf meine NAS. Meine NAS sieht man hier jetzt unter Ordinet, weil die ist weg. Wenn man den Mac Mini neu bootet, ist die Verbindung zur NAS getrennt. Aber meine Verknüpfungen bleiben hier. Also wenn ich jetzt bei mir draufklicke auf, ist egal was, Filme und Serien, dann sieht man, dass er kurz lädt. Und jetzt taucht auch hier gleich meine NAS auf. Und schon sind hier die Filme jetzt in dem Fall. Und das funktioniert auch recht zuverlässig. Also wenn die dann einmal im System ist, kann man hier ganz schnell hin und her switchen. Wunderbar, das funktioniert. Aber diese Icons hier reinkriegen, damit ich die hier in der Seiteleiste habe und ich habe das nun mal gern und nicht immer erst hier draufklicken muss und mich dann hier durchkämpfen. Das war eine richtige Hürde. So und zwar kann man nicht einfach hingehen und hier den Ordner Backup zum Beispiel nehmen von meiner NAS und hier reinschieben. Seht ihr, das funktioniert nicht. Ich kann den zwar jetzt hier loslassen, dann ist der aber hier drin und nicht hier in der Seitenleiste. Und das will ich ja nicht. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Der geht dann als Ordner, würde der dann hier unter Serien oder halt bei B unter 2D-Filme, würde der dann vorhanden sein und funktionieren. Ich möchte es aber in der Seitenleiste. Da gibt es eine tolle Funktion, wie man das machen kann. Und zwar nennt sich das Alias erzeugen. Also wenn man mit der rechten Maustaste auf einen Netzwerkordner drückt oder auf irgendeinen anderen Ordner. Alias kann man von fast allem erzeugen. Kann ich ein Alias erzeugen. Ist auch kein Problem. Das Alias erscheint dann auf meinem Schreibtisch. Da ist Backup. Und da ja unser Desktop, unser Schreibtisch erscheint es auch hier oben. Und das wiederum kann ich jetzt auch noch nicht hier ranhängen. Aber ich habe ja schon mal einen Alias erzeugt. Nehme ich jetzt das Alias nochmal und jetzt wird es lustig. Und ich erzeuge davon nochmal einen Alias. Dann macht er mir erst einen kaputten Link, der nicht funktioniert. Ja, sagt er, hä, geht nicht. Also sage ich, ich weise jetzt das Alias zu. Auf meine NAS, auf den Ordner Backup. Ja, sagt öffnen. Und jetzt hat es, wenn ich hier drauf drücke, bin ich wieder im Ordner Backup. Sieht man hier unten. Und jetzt hat es auch ein anderes Symbol. Und jetzt kann ich das schnappen und kann es hier zum Beispiel hinhängen. Seht ihr? Backup Alias. Also schon alleinig, dass ich ein Alias erzeugen muss. Das ist das obere hier, was ich hier nicht rein kriege. Und von dem Alias noch ein Alias erzeugen muss, damit es so ein Symbol kriegt. Und ich das hier quasi irgendwo dazwischen hängen kann, wie ihr seht. Es ist krank. Zack, vielleicht geht es auch anders. Ich wüsste nicht wie. So, ich kann jetzt das Backup Alias auch umbenennen in bla bla blub. Das ändert er in der Seitenleiste auch. Und man könnte eigentlich meinen, ja, was stellst du dich denn so an? Hat doch funktioniert, ist ja toll. Ja, nee, ist eben nicht. Weil alles, was hier auf dem Schreibtisch liegt, habe ich natürlich hier auf dem Schreibtisch. Und das will ich nicht. Jetzt könnte man sagen, ja, dann schieb es doch woanders hin. Ich kann es doch zum Beispiel auch in Downloads reinschieben. Zack, weg ist. Und dann nehmen wir das auch, schieben das auch in Downloads rein. Dann ist es nicht mehr auf dem Schreibtisch. Richtig, ist weg. Aber es liegt halt dann trotzdem im Ordner. Ich brauche dann irgendwo einen Ordner, wo ich meine Alias drin habe, um die hier mit der Seitenleiste zu verknüpfen. Will ich nicht. Das Problem ist, wenn ich die lösche im Papierkorb und den dann leere, dann ist das Alias in der Seitenleiste auch weg. Ja, das heißt, das ist keine Lösung, zumal ich auch das Icon nicht schön fand. Ich hätte ja gerne das Netzwerk eigen, wie es hier ist, damit ich auch sehe, das liegt bei mir auf der NAS oder kommt aus dem Netzwerk. Die Lösung ist auch wirklich ganz, ganz einfach. Im Prinzip öffnet man einfach den Ordner auf der NAS. Also man geht auf seine NAS oder auf irgendein anderes Netzwerklaufwerk, öffnet den Ordner, den man hier haben will. Und wenn man jetzt hier oben einmal klickt, also klick einmal und dann dieses Symbol greift, dann kann man das wie von Zauberhand hier reinziehen und hat einfach einen Link auf den richtigen Ordner. Und das kann man auch wieder ganz einfach entfernen, mit aus der Seitenleiste entfernen, rechte Maustaste zuvor, dann ist das wieder weg. Und es bleibt da. Und ich habe nirgendwo ein Alias rumliegen, den ich verstecken muss. Und das ist immer da, das ist immer da, auch wenn die Netzwerkverbindung getrennt ist. Die stellt sich dann wieder her, sobald ich das erste Mal drauf drücke. Ja, wunderbar. Aber wer in Gottes Namen kommt, bitte drauf, dass man da rein muss, hier einmal klicken muss. Oh nein, ich sehe gerade, es geht auch mit kurz warten. Ja, das hat vorher nicht gut funktioniert, komisch. Egal, kurz warten muss und dann dieses Bild anklicken muss. Es geht nämlich nicht, wenn ich hier anklick, wie ihr es seht. Dann verschiebe ich das ganze Fenster. Ich muss dieses Bildchen anklicken und dann kann ich Netzwerkverknüpfung hier reinhauen. Ja, und ganz ehrlich, das ist richtig bescheuert. Naja, wie auch immer, jetzt funktioniert es. Vielleicht nützt es jemand von euch auch, weil es ist doch einfach besser, wenn man seinen Finder aufmacht und man hat hier Zugriff auf seine ganze Ordner, auf den NAS, den man da braucht. Besser geht es nicht. Und ansonsten, nochmal ganz kurz vielleicht, ich habe es angesprochen und will ich es auch zeige. Ich habe jetzt noch 192 GB frei. Das sind jetzt natürlich viele Audio- und viele Filmaufnahmen von dem Video, das ihr jetzt gerade seht, drauf. Aber hallo, 192 GB, das sind, wenn ich die Audio- und Videoaufnahme dann auf die NAS rüberschiebe, weil ich fertig mit Schneidebin sind, sind es 203 GB und ich habe im Prinzip alles installiert, was ich brauche. Luminar AI. Ach ja, genau, machen wir es kurz auf, dann seht ihr auch, wie ich aufnehme. Auch installiert. Ich habe Final Cut Pro, die Trail-Version noch. Ich habe das komplette Office-Paket mit allem drum und dran drauf. Also, wirklich alles installiert und habe noch so viel Platz. Und von daher sage ich 256 GB, wenn man seine Daten wie Bilder, Videos und Quatsch auslagert. Meiner Meinung nach reicht das komplett aus. So, und eine Geschichte, die ich auch noch erzählen will, was mich persönlich extrem nervt an MacOS und überhaupt an dieser Apple-Sache ist, wie einem von Apple aufgedrängt wird, dass man Apple-Produkte benutzen sollte. Wie gesagt, ich habe es erzählt, ich nutze OneDrive. Da gehen auch meine ganzen Bilder hoch. Also, sobald ich mit meinem Android-Handy ein Bild schieße, geht es auf OneDrive drauf und wird automatisch dann hier mit meinem Mac Mini auch synchronisiert. Unter Pictures habe ich dann sofort die Bilder da. Das funktioniert auch soweit alles bestens. Und deswegen möchte ich auch OneDrive nutzen, weil ich nur mal Office kaufen habe, ein Terabyte gratis. So, und irgendwann gehe ich dann hin und sehe, ich muss mal gucken, ob ich die überhaupt noch drauf habe. Ja, die kann man, glaube ich, gar nicht deinstallieren. Dann sehe ich die Fotos ab und denke, jawohl, wunderbar, ich habe eine tolle App, die meine Windows-Fotos-App ersetzt. Ja, und das kann die. Also, die Fotos-App in Windows, die hat automatisch auch meine OneDrive-Bilder übernommen und das könnte doch diese App ersetzen. Die kann alles, Rückblicke, Personen, Orte. Äh, wirklich toll. Sie funktioniert, sie läuft schnell. Äh, war ich echt happy. Bis ich dann mir, äh, die ersten Bilder reinhauen wollte und überlegt habe, wie machst du denn das? Wie zum Geier macht man jetzt in dieser App, dann verknüpfe ich jetzt einen Ordner, ne? Ich möchte immer im Finder irgendwo, keine Ahnung, ich habe einen Ordner Bilder und da wären jetzt Bilder drauf und ich möchte den Ordner Bilder hier sehen. So, bei Microsoft kein Problem. Ich sage einfach, in meiner Fotos-App zeige ich schon mir Bilder aus dem und dem und dem und dem und dem und dem Ordner an. Dann sind die da drin und ich kann die ganzen Funktionen benutzen. So, und dann waren die ganzen Fotos da drin. Und das funktioniert hier nicht. Hier muss man die Fotos wirklich aus dem Finder schnappen, hier reinschieben und die werden dann in der Datenbank gespeichert. Und die liegt jetzt, ich habe die gerade erstellt, das habt ihr gesehen, während ich gequatscht habe. Das ist das Pfeil, da liegen die dann drin. Und das wird dann eine riesengroße Geschichte hier. Aber ich habe dann die Fotos einmal in der Datenbank und einmal zum Beispiel in meinem OneDrive Pictures Ordner. Und das will ich ja nicht. Ich will die hier im Pictures Ordner haben und ich will der Fotos-App einfach nur sagen, da, bitte, da hol dir den Scheiß her und speicher es nicht in eine große Datenbank-Datei rein. Das wäre jetzt für mich kein Problem, die hätte ich auf die Nass geschmissen oder so ein Schuh hin. Aber, ja, lange Rede, kurzer Sinn, unnötig wie nur was. So kann man einfach nicht arbeiten. Wenn man natürlich eine iCloud hat, und da sind wir wieder bei dem Thema, Apple möchte halt Apple-Produkte verkaufen, dann ist das wunderbar. Dann zündig mache ich meine Fotos mit dem Handy, die kommen in die iCloud und dann automatisch auch in diese nette App hier. Dann funktioniert es. Aber nutze ich OneDrive oder habe meine Fotos auf einer externen Platte oder sonst was, muss ich die jedes Mal in die App ziehen und die speichert sie dann wiederum in ihrer Datenbank ab. Ja, was soll's. Fotos-App für mich gestorben, nicht brauchbar. Vielleicht irgendwann, wenn ich dann doch mal meine, es muss ein iPhone sein und so Sachen, überlege ich mir, ob ich für die 2TB iCloud fast 10 Euro im Monat ausgib. Aber momentan, nein, sehe ich nicht ein. Wie gesagt, OneDrive 1TB inklusive Office-Paket für, weiß gar nicht mehr genau, knapp 60 Euro im Jahr. Luminar ist für mich das bessere Angebot. Als Alternative habe ich dann Luminar jetzt erstmal genommen. Das funktioniert auch, das kann man aufmachen. Ich glaube, ich habe sogar noch eine Beta momentan. Seht ihr übrigens auch, wie das rumeiert. Aber liegt am Tool. Das Luminar 4 geht wesentlich schneller auf als das Luminar AI. Habe jetzt da auch nur eine Testversion, weil ich eben da auch schon mal schauen will, ob es das auch wirklich ist. Und da funktioniert es wunderbar. Da habe ich alle Fotos von der externen Platte. Ihr seht, da habe ich jetzt 5.800 Bilder im Familieordner für 3.500, also 9.300 insgesamt. Und hier funktioniert es wunderbar. Da sage ich einfach, hole einen Ordner, irgendeinen, wo Bilder drin sind und schwupps taucht er dann hier auf. Warum geht jetzt hier nicht abbrechen? Das ist auch so eine witzige Sache jetzt, die ich nicht verstehe. Ja, kein Schimmer, machen wir anders. Dann taucht er hier auf unter Ordner und unter alle Fotos zeigt er alle an und ich kann die verwalten, bearbeiten, wunderbar. Was hier halt nicht so schön ist, mir fehlen halt die Dinge wie Gesichtserkennung. Ich kann dann sagen, such nach meiner Frau zum Beispiel oder nach einem Kind, wo ist das überall drauf. Die Orte fehlen mir hier. Das ist halt mehr so eine Fotosammlung mit tollen Bearbeitungsmöglichkeiten, dieses Luminar. Ja, ich hätte wahnsinnig gern die Fotos-App benutzt, aber geht halt genau aus dem genannten Grund nicht, weil ich halt nur mal mit OneDrive schaffe und da macht er jetzt auch im Hintergrund gerade was und nicht mit der iCloud. Naja, ist halt so. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, top, zufrieden, funktioniert gut und so, ich mache jetzt nochmal einen Schnitt und dann sehen wir uns nochmal und dann jage ich noch ein kurzes Fazit raus und zack, auf Wiedersehen. Jetzt muss ich doch noch kurz etwas einwerfen. Ich habe es gerade mal vom Monitor abgefilmt. Schaut euch das mal an. Der Fehler ist wohl bekannt, soll auch hoffentlich gefixt werden, aber ist halt auch so eine Kleinigkeit, die ärgerlich ist. Dieses Blinken auf dem Monitor, da braucht kein Mensch. Und es zeigt halt mal wieder, es ist nicht alles Silber, was glänzt. Stört nicht sonderlich, aber es ist halt da. Dennoch, jetzt ist Schluss. Wir sehen uns gleich zum Fazit. Tja, willkommen zurück. Ist jetzt doch sehr lange alles gegangen. Deswegen jetzt mal vielleicht ein bisschen schneller ein Fazit. Ich hoffe, dass ich schnell hinkriege. Im Hintergrund läuft übrigens gerade ein Update. Noch sechs Minuten. Läuft schon seit circa zehn Minuten. Update kam heute rein, aber ich dachte, komm, dann nimmst du jetzt das gleich mit auf. Hat auch schon mehrmals gestartet. Also, wie gesagt, gibt es auch bei Mac. Ist nicht nur bei Windows so, dass man da ein Update macht und dann raddart er erstmal rum. Da läuft es. Sechs Minuten noch und es läuft schon ein Weilchen. Wie auch immer. Was soll ich jetzt als Fazit zu der ganzen Geschichte sagen? Das fällt mir echt schwer. Also, ich würde sagen, es ist neutral. Ich vermisse mein Windows-PC nicht. Ich bin aber jetzt auch nicht total gehypt von dieser Mac Mini-Kiste hinter mir. Es ist wahnsinnig toll, mit Mac OS zu arbeiten. Das macht mir wirklich Spaß. Aber weniger wegen der Funktionalität. Mehr aufgrund des Look and Feels. Ja, es ist für mich einfach das Schönere zu Hause. Aber Programme starten, Apps starten und bedienen hat in Windows auch alles funktioniert. Und nicht schlechter, nicht langsamer. Ja, es ist einfach das Paket Mac OS an sich. Macht mich einfach ein bisschen mehr an. Also, reizt mich einfach von der Optik. Und, ja, von allem, das ist wirklich schwer zu sagen, es reizt mich einfach mehr. Vielleicht ist es auch, weil es neu ist. Es ist halt jetzt auch neu für mich. Ich meine, so viele, viele Jahre Windows benutzt und jetzt Mac OS ist natürlich auch neu. Macht natürlich auch einen Reiz aus. Mal schauen, wie es in ein, zwei, drei, vier Jahren aussieht. Ob es dann immer noch so ist. Aber rein der Umstieg von Windows auf den Mac Mini M1 oder egal, auch auf dem MacBook Pro oder sonst was. Es ist ja im Prinzip gerade egal, was man nimmt. Der hätte nicht sein müssen. Ich finde es toll, dass die Kiste auf meinem Tisch wirklich schön aussieht. Dass die klein ist. Natürlich ein riesen Unterschied zu meinem globigen Teil, das unterm Tisch stand. Es hat schon gewisse Vorteile. Aber das ist halt alles subjektiv, ja. Das ist mein Empfinden. Und das ist Optik und Größe. Also ich kann nicht in die Welt rausschreien, Leute, steigt um auf Mac. Das ist richtig geil. Das ist super genial. Das braucht ihr. Natürlich kommen jetzt die ganzen Profis daher und sagen, ja, aber Sicherheit. Und Apple ist doch, was das Thema Sicherheit angeht, ganz weit vorne. Und Viren. Und du brauchst keinen Virenschutz. Und ja, lass das mal dahingestellt sein. Mag vielleicht auch in gewisser Weise korrekt sein. Aber ich benutze schon seit vielen, vielen, vielen Jahren Windows. Und wurde noch nicht ausgeraubt. Und bin nicht von irgendeinem Virus befallen, der mir meine Festplatte verschlüsselt hat oder sonst was. Also ich denke mal, der Otto Normalnutzer, der schert sich doch um sowas gar nicht. Der will den Computer, der schaltet ihn ein und fertig. Und Windows 10 ist auch sehr sicher. Und auch wenn man Microsoft als Konzern nicht mag oder die Philosophie nicht mag. Das sind vielleicht Gründe, wo dann der eine oder andere sagen könnte, ja, Microsoft, ganz dubios, will ich nicht. Oder Apple, oh, nee, da habe ich keinen Bock mit denen. Ja, deswegen kaufe ich mir das Podore dazu. Ja, vom anderen Konzern. Ja, dann viel Spaß. Aber wenn es jetzt rein drum geht, ich brauche einen Rechner und mir ist scheißegal, ob Microsoft oder Apple draufsteht, was soll ich mir kaufen. Und ganz ehrlich, dann mach es dran fest, was du für Software einsetztest. Ja, wenn du im Geschäft zum Beispiel ein CAD hast, das du auch zu Hause nutzt und so, dann bleib bei Windows und fertig Spaß. Ja, wenn du aber völlig frei bist, also als Privatanwender, nicht an gewisse Dinge gebunden, ja, dann mach es von deinem Geldbeutel aus. Wenn du genug Kohle hast, dann kauf dir ein Mac. Weil ich sage mal, für das Geld, was der Mac Mini kostet, kriege ich auch einen Windows-Rechner in kleiner Größe. Da gibt es genug. Die haben dann eine schnelle CPU, die haben eine Grafikkante drin, eine vernünftige. Kann ich erweitern, wie ich will, mit Speicher und Festplatte, SSD. Und ja, also es gibt im Prinzip kein Fazit. Für mich ist es einfach, nach dem, was ich jetzt erlebt habe, nur noch Geschmackssache. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Also ich habe ein bisschen auf YouTube geschaut und habe mal geschaut, was sagen denn andere dazu, warum muss es ein Mac sein? Ja, oder warum muss es MacOS sein? Ich habe mir dann ein paar Dinge notiert und ja, würde einfach mal gerne was dazu sagen. An erster Stelle möchte ich mal die Optik nennen. Ein YouTuber sagt die Optik und das Feeling ist bei MacOS super und wesentlich besser als bei Windows. Ja, sehe ich genauso. Also in der Grundkonfiguration, wenn ich das Gerät kaufe, einstecke, anschalte, ganz toll. MacOS flasht mich immer noch, ist wirklich super, gefällt mir äußerst gut. Ist aber subjektiv. Und mit Windows kann ich die MacOS-Oberfläche genau nachbasteln, wenn ich will. Dauert ein paar Klicks mehr, aber wenn ich auf dieses Feeling stehe, kriege ich auch mit Microsoft hin. Andersrum gefragt, so jetzt geht mir irgendwann die MacOS-Oberfläche auf den Sack. Was habe ich dann für Möglichkeiten, das umzugestalten? Ich glaube, die sind wesentlich geringer. Muss man einfach so sehen. Dann hat ein YouTuber gesagt, ein Mac erklärt sich von selbst. Das habe ich schon mal in meinem ersten Video, glaube ich, angesprochen gehabt. Ist nicht so. Also das sage ich jetzt nicht, das empfinde ich nicht so. Das behaupte ich jetzt einfach, das ist nicht so. Wenn ich einen kompletten Anfänger, meinen Sohn, der zum ersten Mal einen Computer kriegt, wenn ich dem Windows-PC vor die Nase knalle, ist der genauso beschäftigt, wie wenn ich dem ein Apple-PC, ein Mac, vor die Nase knalle. Ein anderer YouTuber sagt zum Beispiel, es sind viele Apps von Haus aus dabei. Und das ist korrekt. Das ist im Prinzip alles dabei. So ein bisschen wie bei Linux, da habe ich das auch. Wäre auch eine Alternative, worüber man sprechen kann. Aber ich bin Wintersum-Steiger, ist korrekt. Ich habe bei Apple wesentlich mehr Apps dabei. Ich persönlich nutze davon momentan so gut wie nichts, weil ich das Office-Paket von Microsoft benutze und Final Cap Pro zum Videoschneiden und nicht die Software, die dabei war. Ja, wie gesagt, das muss jeder für sich selber wissen. Ich sage mal, wenn das jetzt ein absoluter Neueinsteiger in der Computerwelt ist und der kauft sich da ein Mac und hat da ein komplettes Office dabei. Wunderbar, kann er nutzen. Also das ist wirklich ein Argument. Dann war ein Argument auch, ich kann ja auf meinem Apple-PC auch Windows nutzen. Also habe ich beide Vorteile aus beiden Welten auf einem Rechner. und das ist wiederum korrekt oder war wiederum korrekt. Auf einem Windows-PC Mac OS installieren ist schwierig. Das funktioniert auch wunderbar. Da macht man sich ein Hackendosh, brauche ich aber wieder die Hardware, die da passt dann. Gehe also nicht sehr gut auf jedem PC. Andererseits konnte man auf Apple-PCs einfach ein Windows installieren. So, und das ist aber jetzt mit den M1-Prozessoren auch vorbei. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Aber momentan ist das Argument passé. Und ob das jemals so gut funktioniert, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Aber aktuell, seit Punkt jetzt, kein Argument mehr. Ein weiteres Argument ist, bei Mac OS ist alles viel besser, also die Software ist viel besser auf die Hardware abgestimmt. Ja, wahrscheinlich schon. Ist ja so ein bisschen wie bei den Konsolen. Der Hersteller weiß, was er reingebaut hat. Also kann er auch die Software dran anpassen. Und das passt wahrscheinlich auch, oder das habe ich hier auch festgestellt, das passt wahrscheinlich auch, wenn man die Apple-eigene Software benutzt. Also die flutscht hier wirklich. Das ist der Hammer. Wenn ich allerdings eine App aus dem App Store runterlade, wie zum Beispiel Lumina AI, das eiert bei mir hier auch rum wie der Teufel. Das ist teilweise echt schlecht bedienbar. Was heißt denn, Software ist besser abgestimmt. Auf meinem PC hat alles funktioniert. Es hat schnell funktioniert, es hat fehlerfrei funktioniert. Und natürlich, wir sind mal Programme abgestürzt auf meinem Windows-PC, ganz klar. Sind wir aber hier auf dem Mac auch schon. Und zwar auch Safari. Genauso wie Edge und Final Cut Pro ist auch schon hängen geblieben. Kann man jetzt natürlich auch auf die neue Prozessor-Generation abwälzen. Aber ich vermute mal, dass auch Intel-Mac-Benutzer auch diverse Probleme kennen, dass halt Software, obwohl alles aus einer Hand kommt, trotzdem Scheiße bauen kann. Es kommt nämlich doch nicht aus einer Hand. Ich habe natürlich viele Programmierer, die ein App Store füllen. Und die wissen zwar, auf welche Hardware sie sich einlassen, aber es gibt auch gute und schlechte Entwickler, die halt mal Scheiße bauen. Und dann muss es wieder ein Update geben oder muss irgendwas gefixt werden. Und das hat man in beiden Welten. Aber ich habe mich am Windows-PC jetzt nie so wirklich schlecht gefühlt. So, schon wieder was kaputt. Schon wieder ein Absturz. Nee. Absolut nicht. Und der letzte Punkt, den ich noch so ein bisschen rausgesucht habe, ist halt die Geschwindigkeit. Die Apple-Computer, die sind so wahnsinnig schnell und es läuft alles so wahnsinnig gut. Und das kann ich halt auch nicht hundertprozentig unterschreiben, weil ich arbeite jetzt schon ein paar Wochen an dem Ding und ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt sonderlich viel schneller ist als mein Windows-PC. Im Gegenteil, in manchen Dingen sogar viel langsamer. Und die reine Rechenleistung, wenn man jetzt einen Benchmark macht, die mag vielleicht ganz toll sein, aber es geht ja um das Gefühl für einen Otto-Normal-Benutzer. Der sitzt da davor, der schaltet das Ding ein und will arbeiten. Und da nehmen sich beide nichts. Also ganz ehrlich, wenn der M1-Mac jetzt das Maß aller Dinge, was Geschwindigkeit bei Apple angeht, ist momentan, dann... vergesst es. Ja. Da kriegt ihr ein Windows-PC für ähnliches Geld in einem kleineren Gehäuse sogar noch, die auch totschick sind. Der kann das Gleiche leisten und hat noch eine dedizierte Grafikkarte drin, die dann wiederum einige Vorteile bringt, wie zum Beispiel doch mal aufwendiger Spiele spielen oder auch beim Videoschnitt sogar dann eventuelle Vorteile bringt. Ja, im Großen und Ganzen ich kann niemand empfehlen, sein Windows-PC, wenn der halbwegs vernünftig ausgestattet ist, zu verkaufen und einen Apple-Computer, ein Apple-Gerät, einen Apple-PC zu kaufen, weil wird er keine Vorteile haben, meiner Meinung nach. Außer, er ist so ein bisschen ein Nerd und sagt, jawohl, ich möchte halt mal was Neues probieren, wie ich und dann ist das alles in Ordnung. Oder er sagt, ich brauche aber Final Cut Pro X und ich brauche die Software, die es halt nur auf Apple gibt. Auch okay, wunderbar. Aber ansonsten, wenn der Opa jetzt Probleme hat, weil Windows zweimal abgestürzt ist und der Enkel geht hin und sagt, Opa, kauf deinen Apple-Computer, da hast du das nicht mehr, da läuft alles viel besser und du lernst viel schneller. Ne, nicht machen. Da hat er genauso Abstürze, da hat er genauso Updates und wenn er sich mit Windows schon halbwegs auskennt, hat er mit macOS einfach zu kämpfen. So sehe ich das. Dennoch, es war für mich kein Fehler. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil durch den ganzen Umstieg bin ich jetzt endlich in die YouTube-Geschichte mal reingekommen. auch wenn ich da wohl derzeit alles verkack, was man verkacken kann. Ich finde es halt toll, was Neues, was Neues zu lernen. Ich bin glücklich damit, wirklich. Ich mache jetzt auch hier Schluss. Wir sehen uns hoffentlich nächsten Sonntag wieder. Nächsten Sonntag möchte ich dann über die Magic Maus 2, über das Magic Dragpad 2 und über das Magic Keyboard 2 sprechen. Ich verspreche auch, es wird nicht wieder so ein langer Oschi und ja, ich weiß, es zieht sich bei mir immer alles, aber gut, naja, man kann ja auch spulen in YouTube. Also gut, dann macht's gut, bis nächsten Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020